Hi! Und herzlich willkommen zurück zu unserem geilen Magical Let's Play! Und da ist direkt mal einer abgekackt! Hilfe! Ich rette dich! Warte, wieso rette ich dich nicht? Ich will dich retten! Ach man, ich bin... Ah, nein! Jonas, rette uns alle! Nein, Mami, Mami, Mami! Hallo! Was passiert hier? Boah, hier ist man wieder so mega Panik. Warte, lass uns einfach mal weitergehen. Ich geh mal weiter, tschüss! Ey, ich wollte gerade weitergehen. Los, Sensen, Mann! Töte ihn! Nein, nicht mich! Was? Ja, das war natürlich schon mal Pro-Like. So, lass uns einfach ganz schnell durchrennen. Oh, ja! Oh, nein! Guck mal, wir machen uns das Spiel einfach nur! Die ganze Zeit so total fette Battle und wir so, ah ja, wir laufen mal vorbei. Ah, kein Bock! Ah, schön dich zu sehen! Cool! Ja, wir sehen uns später wieder, ne? Am Ende kommen bestimmt beim Final Battle alle Leute, die man davon nicht umgebracht hat. Oh, ja! Das wär geil! Leute, der Stein! Der Stein! Macht euch den Stein zunutze! Ich seh jetzt mal gut mit deinem Stein, ey! Nein, das ist mein Lebensmotto! Ich bin tot! Hilfe! Rettet mich! Oh, ich dreh mich immer um, obwohl niemand in meinem Zimmer ist. Ich denke, man sagt, da ist jemand! Ah! Panik! Ja, okay! Die sind voll stark, diese Typen! Ja, ich weiß! Vor allem, wenn die mit dem Schwert angeraten sind, dann sind die schon heftig! Oh, oh, oh! Nein! Nein, nein, nein! Wie das immer perfekt funktioniert! Ey, das ist fast genauso geil wie Donnerkeil! Ich find's geiler als Donnerkeil! Na, Donnerkeil ist sowieso Beste! Das funktioniert hier eh nicht! Na, leider nicht! Hilfe! Oh nein! Nein! Ach, ritt doch mal auf mit seinem Po! Oh, shit! Oh ja, doch! Endlich mal richtige Person getroffen! Ah, doch! Mach's einfach nur 10.000 Mal! Können wir nicht einfach hier wieder weitergehen? Ich glaub, wir können immer weitergehen! Nein, das ist doch finale Scheiß und so! Ah, jetzt ist er doch eh traurig! Oh, da geht's dir rüber? Ja, wir müssen doch hier rüber gehen! Was soll das? Ah! Wow! Hä, aber das Ding ist sowieso voll dumm! Wieso ist es so, dass es einen selber töten kann? Es hat mich nicht getötet! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott, was sind das für kleine Scheißweißer? Warte, was ist, wenn wir die so anziehen? Ah, Leute, was passiert hier? Ja, war's wohl! Oh! Weg! Ich weiß nicht, womit wir die angrafen müssen, die Teile! Ist doch egal! Ich kürz mal ab! Bye! Ja, warte, ich will auch! Stopp! Ja! Ins Feuer teleportiert! Was geht da? Heil uns! Rette uns! Hallo, hallo, hallo! Rette uns! Ja! Also das war natürlich fantastisch! Oh mein Gott! Das hat super gut hingehauen! Jaaa! Also nächstes Mal rennen wir einfach dran vorbei! Ja, hatte ich ja auch vor! Da ist einfach überall flogen! Jaaa! Voll anfangen! Ah, hier sind wir! Ja klar! Ja egal, wir können ja dran vorbei rennen! Zwei! Einfach teleportieren! Yes, yes, yes! Oh mein Gott! Was? Was? Ich bin gestorben! Wie ist das passiert? Ah! Oh, okay! Teleport! 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 Nein! Was soll das? Ah! Nein! Ahaha! Das funktioniert immer so voll gegen... ASA! Oh Gott, scheiße! Ich brenne! Ich brenne! Immer auf! Oh fuck! Scheiße! Was ist das denn? Alle tot oder was? Jaaa! Aber da hinten ist schon ein grüner Teppich, da müssen wir hin! Sicher? Ja! Ich hoffe es! Wir könnten wahrscheinlich... Oh Gott! Eigentlich ist das bestimmt so das epische Todes-Battle und wir sollen eigentlich so voll um unser Leben kämpfen, aber wir machen das die ganze Zeit so... Ja, bla bla! Teleportieren uns hier durch! Lalalala! Platschka! Platschka! Ah, wir sehen euch alle gar nichts! Das ist voll geil! Oh, ihr seid das? Wenn man das nicht verkacken würde! Bye! Bye! Oh Gott! Noki, du lebst? Ja! Jaaa! Jaaa! Ich hab dich grad... Jaaa! Okay, jetzt rennen wir aber wirklich! Und machen nicht diese Todkacke! Go! Weeeee! Eyes off! Eyes off! So 10 Jahre später! Wo bin ich? Ich seh mich gar nicht mehr! Oh, ich brenne schon wieder, glaub ich, oder? Nein! Jetzt hab ich mich einfach sinnlos angezündet! Hilfe! Ah! Jonas! Beleb uns wieder! Hä? Ich leb doch noch! Aber ich... ich kann nicht! Ah! Hä? Wo bin ich denn überhaupt? Jetzt musst du uns belegen! Rette uns! Rette uns! Na boah! Endlich! Das ist geil! Oh Gott! Jaaa! Mami! Hier geht's lang! Hilfe! Hoffnung, gibts du übrigens! Bin ich vereist? Hä? Seid ihr jetzt tot? Nein, ich bin hier! Okay, okay! Warte, wo müssen wir hin? Hilfe! Ich bin ins Feuer gefallen! Jaaa! Oh mein Gott! Aua, wer brutziert mich dazu? Fuck, ey. Mami, Mami. Hilfe! Was? Oh Gott, was passiert hier? Rette uns, rette uns, rette uns! Rette uns, rette uns, rette uns! Ja, cool. Das funktioniert ja gerade perfekt. Nein! Dieser Stein! Stell dich da an den äußersten Rand am besten. Ja, ja, du kommst ja da wieder zurück. Du musst nach oben gehen. Wir müssen ja oben weiter. Oben! Ach so, ah, du meinst, da geht's nicht lang, weil da... Ah, okay, alles. Ja, wir kommen ja von da. Deswegen ist das nicht so strong. Hilf ich, Benne! Oh, boah, wir die alle immer direkt kaputt brotzen. Hä? Ich bin immer so eingefroren, das ist voll komisch. So, ich fetsch ja hier vorbei. Tschüss, tschüss, tschüss. Kann mich jemand wiederbeleben? Wir müssen doch nicht nach da oben. Doch, wir müssen nach da oben. Ich mein schon. Wo sollen wir denn sonst hin? Bei mir funktioniert nix gerade. Ach, warte, wir müssen da... Oh, das ist so dumm. Eben! Wir müssen das einfach nur vereisen. Ich wusste es nicht. Was? Ah! Ja, sicher, weil dann wird die Lava ja zu Erde. Aber nicht vereisen, sondern, glaub ich, mit Wasser. Ja, das kann sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Boah, dann wird es ja noch schwieriger, darüber zu kommen, wenn einen die ganze Zeit kaputt machen, die kleinen Scheiß, weißt du? Wieso dauert das immer so lange? Ja, lass es doch, kaputt machen. Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Irgendjemand flackert hier am Anfang immer voll rum, bis er stirbt. Ja, das ist aber keiner von uns. Das sind doch die Typen hier, die... Nee, das bin ich. Ah! Ja, wieso machst du es dann immer wieder? Fuck, ey. Boah, ich hasse die. Verlebnisst du dich wieder? Ja, Moment. Ich brenn grad auch. Ich muss erst mal gucken. Hä? Ich hab dich grad wieder gegriffen. Hier geht's lang, hier geht's lang. Ja, ich weiß. Mit Wasser. Der holt mich zurück, holt mich zurück. Hilfe! Was passiert da? Leute? Oh oh. Aber der hackt voll auf mich ein, der hackt auf mich ein. Ja, ich bin wieder tot. Wir sind alle tot, außer einer. Kann es dann nicht sein, dass es da oben lang geht? Was? Hier? Ja. Die Stein-Typen sind voll assi, ey. Man stirbt einfach immer direkt. Wer lebt denn jetzt überhaupt? Okay, wurde gerade hier. Hä? Irgendjemand? Oh nein, doch nicht. Oh mein Gott, was ist das denn? What the heck? Also das ist das erste Mal, dass wir so ein bisschen stagnieren. Ich bin tot. Okay, okay, okay. Hä? Ich auch. Das war auf jeden Fall perfekt. Man kann sich ja nicht mal wehren. Die kommen die ganze Zeit an. Ja, die kommen ja direkt. Also wir müssen auf jeden Fall die Magier töten. Mit Steinen. Mit Steinen. D, 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 D. Was zur Hölle? Was passiert hier denn bitte? Und jetzt bin ich wieder lahmarschig. Ich weiß nicht mal, woran es liegt. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Bam. Der Bus. Und die Scheißwurst müssen wir noch weghauen. Okay. Da ist noch eine Scheißwurst und dann... Oh, gut, danke. Okay, jetzt probieren wir mal ganz gespannt. Ich glaub nämlich, dass es hier oben lang geht. Äh, nö. Du musst einfach hier weiter. Da waren doch auch Leute. Der ist doch jetzt klar. So, weee. Okay. Ja, nach da oben oder nach da? Ja, ich mein nach hier. Oh, fuck. Nee, ich hilfe. Oh, kacke. Die machen das wieder lavrig. Warte mal. Ich probier mal eben was. Hallo, was soll das? Entschuldigung. Oh, ich wollt grad Shift machen. Weil mit Shift geht das. Oh mein Gott, steht hier noch. Ja, mach Wasserschift um dich. Schnell, schnell, sonst stopfst du. Was? Ist doch noch. Was? Ja, geiles Bonpunkt, ne? Ähm, hallo? Beleb dich doch wieder, Nuki, du bist es. Hey, bei mir steht Besie. Was? Ich hab dich wiederbelebt. Äh. Boah, ey, was ist denn das für ne kleine Scheiße? Okay, auf jeden Fall müssen wir die einen zuerst töten. Weil ansonsten bringt das ja schon mal gar nix. Also, D, 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 D. Ja, aber nicht gleich. Oh, wenn wir alle auf einem Haufen sind. Leute. Oh, was zur Hölle? Hä? Aber das war damals nicht so schwer. Das war never einfach so schwer. Hä? Ja, ja. Ich hab wieder. Hör mal. Was soll? Diese Steine. Scheißwurst, ey. Oh, die brutzeln mich immer an. Ich hasse diese Blitzkacke. Rettet mich, Leute. Rettet mich. Rettet mich. Rettet mich. Macht schön Sterne voll. Hey, kommt noch welche. Hilfe. Was? Ah, seid ihr tot? Okay, du bist der Einzige, der lebt. Ja, ja, wir sind tot. Rette uns, rette uns. Mami, Mami, Mami. Was? Oh, Lisa! Ah! Mami! Ah! Ich brenne. Ja! Oh! Das ist doch nicht wahr. Okay, du lebst. Du lebst nicht mehr. Nein, tut er nicht. аться bist außer Stimmen. Ich bin schon umgeblich schwer. Boah, ich will jetzt nicht wissen, wie oft wir diesen Scream gesehen haben. Ah, mami, Tududu. Ich kenn die Musik inzwischen schon. Oder wollen wir mal versuchen, weiterzugehen? Oh Mann, ich schwabbel die ganze Zeit! Ich schwabbel auch wirklich aus. Das ist doch nicht normal. Ich bewege mich nicht mal, aber ich renne die ganze Zeit hier irgendwie durch die Gegend so komisch. Vielleicht hätten wir die Gegner doch zuerst töten sollen. Aua, aua, aua. Hä? Los, rette uns alle. Oh Gott, ihr seid der Einzige, äh, ich bin der Einzige, der lebt. Diese Echsen sind auch voll nervig. Boah, ey. Was, habe ich gerade irgendwen getötet? Ich glaube, ich habe den getötet. Ah, ich brenne. Okay, ich gehe mal ein Stück weg. Du, bye. Yes. Oh Gott. Ist es das vielleicht mal? Ja? Boah, du Arschloch. Okay, alle Wasser at the ready. Warte, nein, stopp. Warte doch, da ist doch nur einer. Bist du dumm? Okay, so. Ja, genau so würde ich das machen. Es geht schneller. Oh, ich... Okay, warte. Oh, guck, wollte ich nicht. Gott, schnell, lass ich bitte draufkommen. Ey, Mann. Man kommt hier nicht hoch, man kommt hier nicht hoch. Ja, wir müssen weitergehen. Ah, A ist A. Seid ihr dumm? Ah, seid ihr dumm? Voll nett. Oh, scheiße, ey. Hilfe. Mami. Geh weg einfach. Geh einfach kacken, ey. War ich das gerade? Die alle geheilt hat. Hilfe. Nein, ich klicke hier mal drauf. Leute. Äh. Rettung, Jonas, war schnell. Schnell. Was machst du? Hä? Hä, meine Leichte steht da so voll lebendig rum. Oh, scheiße. Hä, ihr lebt doch. Nein, tu ich nicht. Ich stehe da einfach nur so random. Verstehe ich auch nicht. Oh, Gott. Scheiße, ey. Ist das schwer. Ja, Moment. Fuck. Ah. Mami. Boah, ich hasse diese Echse. Oh, ja, boah. Stein, Stein. Nein, 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 nein. Seid ihr alle tot? Nein. Ich lebe noch. Ich kann gerade nichts machen. Warte, ich mach's, ich mach's, ich mach's. Mami, Mami. Der Fettwanz muss weg. Der Fettwanz muss von sterben. Scheiße. Ey, ich klicke hier immer auf irgendwas. Ja, ich hab's hingekriegt. D, 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 D. Ich komm hier nicht durch, weil so ein Teil vor mir ist. Scheiße, ich komm hier nicht weg. Rette mich, rette mich. Hallo. Ich muss schon. Danke, danke. Okay, lass hier langlaufen. Boah, ich hoffe, es kommt jetzt mal langsam Control-Punkt. Oh, ja, vor allem. Ja, warte. Schnell, schnell, der Typ. Ah. Knapp. Ah. Ah. Ja, aber wie hat der mich von da hinten angezündet? Hallo. Achtung, hinter dir. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, so voll weggefetzt, danke. Ich bin übrigens tot, ne? Ach so. So, sag das doch. Alle so, oh, ach so. Hey, also da müssen wir nicht lang, oder was? Doch, wir müssen da links entlang, würde ich mal sagen, oder? Ja, aber da war nix. Spätsch nix. Wir sind doch noch gar nicht da hingegangen, so richtig. Lass mal gehen. Guck mal. Hä? Hey, ist einfach nix. Guck mal. Lass mal hier weitergehen. Warte, da muss man doch lang, hier oben hin. Hier bestürzt alles immer so krass. Nein, nein, nein. Ja, Jonas, danke. Ja, ich muss jetzt aber weg. Ihr könnt ja den Part einfach ohne mich noch zur Hände spielen. Ah! Ja, gut. Also, jetzt schafft das, ne? Ich muss dann jetzt hier beenden. Also, schaut bei den anderen vorbei, die schaffen das auf jeden Fall. Okay, überlebt mich schnell wieder. Also, bis dann, ciao.